ich wünsche dir einen wunderschönen abend beziehungsweise wann auch immer du das siehst ich heiße dich von herzen zu unserem nächsten live talk willkommen heute möchte ich dir uns allen eine frage stellen nämlich die frage was in gottes namen ist eigentlich spiritualität gibt sowas ist sowas nur für spinner ist sowas echt hast du dich schon mal mit dem thema beschäftigt so alle jenigen die mich kennen wissen dass ich das wort sehr sehr vorsichtig in den mund nehme dass ich mich auch gern mal augenzwinkernd lustig mache über bestimmte auswüchse in der psychospiritären szene heute abend habe ich einen besonderen gast und ich möchte ganz ehrlich sagen als ich das erst mal von ihm gehört habe habe ich das schlagwort medium gehört und gesagt nee kommt hier gar nicht in die tüte und dann kam aber immer wieder menschen mich ran und gesagt guck dir mal den pascal an der ist ein ganz cooler typ und ist nicht nur medium der ist wirklich ein cooler typ und dann habe ich mir angeschaut und habe ihn erst mal aus der entfernung gecheckt und hatte das gefühl dass wirklich ein cooler typ und dann haben wir uns getroffen und jetzt freue ich mich dass pascal von hier bei uns im studios vielen dank herzlich willkommen dass du da bist danke auch für die einladung ja cool also wir haben uns vorgenommen heute einfach hier ganz ehrlich miteinander über spiritualität zu sprechen wir haben auch ganz bewusst im vorfeld das noch nicht groß ausdiskutiert und zu schauen um uns vielleicht sogar gegenseitig selbst zu überraschen und ihr seid von herzen eingeladen wie immer auch fragen dazu zu stellen zu dem thema die euch beschäftigen für allejenigen die zum alle erst mal zugeschaltet haben rechts neben deinem videofenster müsste ein chatfenster sein und darüber kannst du fragen stellen und die fisch das team heraus und das landet dann bei uns kurz zu deiner vorstellung pascal du bist wie viele jahre alt 36 36 jetzt in der schweiz ein großer star bestseller autor große große fangemeinde habe ich gemerkt dass ich das bei mir gepostet habe kann ganz ganz viele leute haben seit endlich 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 das heißt du bist bekannt kommst gerade aus berlin ja von berlin zurück ja und jetzt bin ich hier jetzt bist du führst führst seele ich habe mich kurz mit dir auseinander gesetzt also du kommst ursprünglich aus dem medialen bereich bist aber jetzt gerade dabei so ein bisschen davon abzurücken kommen wir vielleicht später auch noch dazu warum aber erzähl erstmal dafür also was hat es mit dem medium auf sich gut ich muss dazu auch sagen ich komme vom englischen spiritualismus das ist wenn du in deutschland schweiz österreich so sagt ja ich bin medium ja dann denken alle so gerade an die kartenleger oder an die kristallkugelschauer oder an esotv und da habe ich selber auch richtig mühe damit also das muss ich auch sagen deswegen wird es bestimmt spannend weil in england ist eigentlich das medium also erstmal geht die ausbildung über jahre also die basis ausbildung geht zwischen acht bis 16 jahre und man hat eigentlich so dieselbe aufgabe wie im priester also es ist eigentlich so eine religionsgemeinschaft du machst dann schon diese jenseits kontakt also kontakt zu verstorbenen du machst geistiges heilen aber es geht dort mehr eigentlich so in die seelsorgebetreuung rein also machst auch hochzeiten taufen beerdigungen gehst im gefängnis menschen besuchen und gibst denen vielleicht heilung oder im aura readings das hört sich ja auch so aussersinnlich an ich sage immer auch so aussersinnlich ist es ist es gar nicht aber hilfst dem menschen halt in weg wieder zu finden oder dass du halt einfach menschen auch betreust die jemanden verloren haben und in der schweiz oder österreich deutschland da mache ich natürlich das ganze auch religionsfrei weil ich auch nicht zum englischen spiritualismus jetzt da irgendwie eingetreten bin sondern geht es halt wirklich eins um die trauer verarbeitung also es geht mir auch immer weniger darum jetzt zu zeigen hey leute schaut mal ich kann tote wahrnehmen sondern es geht mir mehr darum bewusst zu machen dass wir uns auf den tod richtig vorbereiten mal der tod ist so das geht uns alle an ob wir an ein leben nach dem tod glauben oder nicht spielt eigentlich keine rolle ich glaube wenn wir das leben einfach auch wieder mehr genießen und spaß haben dann ist auch das sterben dann anders sage ich immer so also ich sage auch immer so wenn wir nicht an ein leben nach dem tod glauben dann müssen wir eigentlich das leben noch mehr jetzt genießen also müssen wir uns noch viel mehr mühe geben als jetzt die die vielleicht denken ja ich komme ja dann wieder also ist ich glaube daran dass ich irgendwann wieder komme ich kann es ein bisschen entspannter nehmen aber ich sage immer den kritikern hey wenn du nicht daran glaubst ist egal dann mach einfach das beste aus deinem leben lebe deine berufung gehe voll in die liebe rein habe einfach spaß am leben so wie bis dazu kommen also es hat dich ja ausgesucht ja also ich wollte ja nie eigentlich wollte ich nie medium werden also so ich war früher fernsehmoderator ich habe zwar verstorbene schon immer als kind wahrgenommen oder einfach ganz kurz dann muss ich intervenieren sagst du so nebenbei verstorben als kind wahrgenommen wie wie hast du die wahrgenommen ja also damals wusste ich noch gar nicht dass es verstorben ist es war einfach eigentlich hauptsächlich ein junger typ der war damals in meinem alter das auch mit mir groß geworden so und das war einfach für mich so ein spiel kamerad also es war jetzt nichts irgendwie wo ich das gefühl war das ein engel oder ein geistführer so zwar einfach so hieß der es war so ein junger typ der hat mich begleitet und ich habe mir da nie groß gedanken darum gemacht bin dann auch mit 16 ins fernsehen gekommen und so und habe das so nebenher habe ich einfach auch gemerkt wenn ich menschen anschaue dass ich sehr schnell spüre wie es denen geht was sie für probleme haben oder dass ich halt farben gesehen habe aber ich war in basel in der hip hop szene zu hause auch da hast du nicht groß über auras geredet oder über die verstorbenen kameraden das vielleicht über mädchen geredet und so ja normal und deswegen ist eigentlich erst so mit 19 mir so wirklich bewusst geworden als ich damals meiner damaligen freundin die hatte probleme mit den eltern dann habe ich so gemeint ja schau mal so gemeint du musst es einfach so und so und so lösen und dann hat sie gemeint ja wer so und dann hat sie so gesagt ja ich glaube du hast ziemlich einen an der klatsche ja so und es war zuerst mal für mich krass weil wenn deine freundin dir sagt du bist nicht normal und hatte dann aber das glück dass meine mutter halt schon bei uns in der familie gab es schon mein onkel und meine großmutter die verstorbenen wahrgenommen haben und die ist dann mit mir eine esoterik messe gegangen so also wirklich hardcore esoterik war das und hat dann so gesagt junge wir gehen dahin da triffst du dann ganz viele menschen die sind genau so wie du und ich habe gedacht okay cool die sind alle jung sportlich lieben hip hop sind easy drauf so und kam in diese esoterik welt und ich weiß noch ich habe immer gewusst okay wenn ich so bin wie die dann möchte ich das auf keinen fall sein und mein ziel die ersten jahre bis ich 23 war also ich ging dann ab 19 eigentlich in die ausbildung aber mein ziel war wirklich so ich will das nicht mehr haben ich will nicht zu den menschen dazugehören weil ich wollte nicht birkenstock sandalen anlegen wollpullover und das ganze zeugs da gab es ganz verrückte noch mit alufolie auf dem kopf für bessere also ich bin da auch gewesen ja und dann ging ich eigentlich mit dem ziel dahin wegzukommen also das abzuschalten ich wollte normal werden auf jeden fall war das mein ziel und während der ausbildung ich kam dann aber nach england ist an meinem vater gestorben und da habe ich dann am eigenen leib quasi erfahren wie hilfreich das sein kann weil ich und mein vater haben uns nicht sehr gut gekannt und da habe ich dann gemerkt einfach so ja dass mir das unglaublich geholfen hat und habe gedacht okay wenn ich das schon kann dann möchte ich das irgendwie auch anbieten dass die leute dieselbe heilung erfahren mein ziel war auch immer so das ganze jung und normal zu machen so also das war schon ein großes ziel jetzt hast du ja gesagt also du im vorgespräch gesagt dass du in den letzten jahren angefangen hast das immer mehr zurückzunehmen also warum also weil ich kann mir vorstellen dass das trifft auf großes interesse ja es ist unglaublich also ich mache jetzt zum beispiel gerade so die nachricht aus dem jenseits tour der leben nach dem tod tour das ist eigentlich das dieselbe tour die mache ich jetzt seit über zehn jahren das wirklich immer extrem ausverkauft nur mir ist einfach aufgefallen dass gerade wir haben ja heute auch so ein bisschen das thema spiritualität gerade in der spiritualität dass so viele menschen nur noch darauf abzielen was ist nach dem tod wohin geht es dann werde ich mal ein engel werde ich mal ein geist führe und so und ich einfach gemerkt habe auch während meiner arbeit dass die meisten menschen die kommen weil sie jemand verstorben haben verstorbenen haben dass die einfach ja wenn die vorher das geregelt hätte wenn die vorher geliebt hätten oder das auch gezeigt hätten dann müssen die gar nicht zu einem medium gehen und ich habe immer gedacht eigentlich ist es das was ich mache ist so man hilft dann den menschen die trauer zu verarbeiten aber für mich wäre es eigentlich dann viel spannender oder kann man immer so mehr der impuls auf es wäre viel spannender den menschen wieder mehr zu sagen wie kannst du leben wie kannst du spaß haben dass du eben die zeit nutzt die du hast dass du dann nicht wenn jemand stirbt quasi alleine da stehst oder volle schuldgefühle da stehst oder dein leben verpasst hast das war ich so der wandel ich mache heute immer noch gerne aber auch heute die vorträge haben sich total verändert dass ich gehe immer wieder aufs leben im hier und jetzt zurück so was ist für dich heute spiritualität um zur frage des abends zu kommen was ist spiritualität was nimmst du das wort in den mund ja ich nehme es in den mund ich habe früher aber auch immer erklärt was ich damit meine also weil wenn ich ich habe früher auch immer die leute gefragt hey leute was ist für euch spiritualität und da kamen ganz viele die sagen ja das ist wenn man geistiges heilen kann wenn man verstorbenen sieht und so und ich bringe dann auch manchmal so die provokative frage wer ist spiritueller der papst oder der dalai lama und es ist unglaublich da sagen alle ja natürlich der dalai lama und ich merke auch so in der spirituellen szene die meisten wissen gar nicht was das wort eigentlich bedeutet eigentlich heißt ja gott verwirklichen oder sein leben gott widmen es hat nichts mit außersinnlichem zu tun oder irgendwie ja mit hellsehen oder mit geistigem heilen sondern es heißt eigentlich das göttliche verwirklichen so und deswegen ich sage immer so meine philosophie ist ein bisschen wenn ich sehe okay im fight ist das göttliche drin oder gott ist drin oder in meiner partnerin ist eine göttin drin ja dann ist es für mich so quasi die spiritualität leben aber im esoterischen sinn benutze ich es eigentlich selten weil ich auch immer sage früher hat sich jeder esoteriker genannt heute ist jeder spirituell so ein bisschen wie mcdonald's zusammen war so ein slogan geworden nicht mehr nicht weniger ja das ist so für mich aber es ist auch ganz schwierig zu erklären so wie ist deine meinung dazu ja ich habe vor ja also ich hatte auch meine ich nenne sie mal spirituellen zeiten wo ich sehr 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 hinter der erleuchtung hinterher war und ich habe dann irgendwann für mich gemerkt also für mich war es total wichtig für mich zu merken dass ich mich ganz oft hinter spirituellen konzepten versteckt habe und das leben hier und jetzt vermieden habe und ich habe auch gemerkt dass wenn ich den begriff spirituellen meiner arbeit zu oft anwende dass ich dann aus irgendwelchen gründen heraus mehr menschen anziehe wahrscheinlich so ähnlich wie die die gar nicht so wirklich daran interessiert sind hier und jetzt wirklich alles zu geben sondern sich eigentlich so ein bisschen darauf ausruhen was dann später kommt deswegen habe ich irgendwann komplett aufgehört den begriff zu verwenden wenn du mich fragst was das heute ist also ich glaube zum beispiel also meinem grundverständnis muss ich nicht mal an gott glauben dafür also ich kenne ich kenne menschen die würden das wort spirituell in den mond nehmen aber die leuchten so aus sich heraus und die haben ein lebensstil von dem ich sagen würde also das ist das was ich mit einer spirituellen lebensweise anstrebe und dann gibt es leute die hauen hauen die die worte von aura gott und so weiter und die ohren sind sind lichtarbeiter et cetera und von denen durch definitiv sagen ist weit entfernt ja da wäre ich sehr vorsichtig genau ja also ich messe spiritualität eigentlich immer mehr wirklich daran was was bringt niemand jetzt davon möglich auf die straße ja was mich interessiert also ich habe ich meine ich habe ich komme ja zwangsläufig durch die arbeit mit vielen vielen menschen in der szene in kontakt und da gibt es erstaunlich viele leute die der meinung sind sie sind sie channeln was und sie sind medium von was und ich bin ich gehe erst mal skeptischer an weil ich bei vielen das gefühl habe hey ich will dir nichts unterstellen aber ich habe das gefühl was weil dein eigenes leben einfach nicht channelungswürdig genug ist für dich so hast du jedes was bei dir ankommt in frage gestellt also das sind so also ein psychiater der zuhören würde könnte auch sagen patrick sorry pascal lass dich doch mal untersuchen ja ja also man muss dazu auch so sagen ich channel nicht also ich unterscheide das immer channeln ist so also für mich ist es gibt verschiedene arten von medien ich mache halt wirklich so die jenseits kontakte wenn ich jetzt zum beispiel einen kontakt zu einem verstorbenen von dir machen würde dann würde ich jetzt nicht sagen ja ich habe hier an deine oma da ja und die liebte ich und dann irgendwie schöne worte sondern man probiert den verstorbenen zu beschreiben wie war er wie hat er gelebt wie hat er vielleicht sogar gewohnt was man so die gemeinsamen nenne was ist das thema also ich sage auch immer so die oma die oder ein verstorbener allgemein der kommt nicht einfach so jazz verfahren also muss ein thema geben so warum kommt die was belastet da vielleicht manchmal kommt ein geburtsdatum oder ein hochzeitstag als sowas und du darfst eigentlich nur ja und nein sagen also ein wichtiger punkt es geht mir eigentlich darum dass du dann sagst ja okay das kann nur meine oma sein weil er hat da dinge erzählt das kann er nicht wissen und da ist also da würdest du sagen das sind definitiv sachen bei dir durchgekommen die die hättest du nicht wissen ja also ich arbeite ja in der schweiz auch für die polizei also ich darf immer wieder bei mordaufklärung und so und da ist ja auch das verrückte ich liebe diese arbeit ja weil die polizei hat wirklich selber gar nicht weiß also das ist auch so für mich mega spannend ich weiß nachher du bist vielleicht vier fünf stunden da einem fall dran und sagst da was und erzählst was und die sagen nur immer ja und dann irgendwie nach ein zwei jahren wenn die genügend beweise zusammen haben sagen es war schon krass das 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 hast du vorher schon gesagt also und das sind auch so sachen ich bin ja auch ein sehr kritischer mensch also ich sage auch so ich meine wahrsager zu sein ja also wahr sage ich sage auch immer so ich bin kein wahr sage ich kann niemandem zukunft voraussagen das interessiert mich auch nicht sagt meine zukunft kann ich schöpfen aber wahrsager zusammen die leute dich fragen und kannst du mal meine beziehung anschauen dann weiß ich ja schon der muss in der beziehung probleme haben wenn ich zum beispiel das aurafeld von jemandem anschaue dann sage ich warum dann sage ich du hast diese und diese probleme also deswegen bist du zu mir gekommen also ich gebe heute ja zwar gar keine einzelberatung mehr muss ich vielleicht auch mal sagen aber für mich ist der beweis dass du wirklich fakten bringst wo du sagst okay das kann man nicht wissen channeling das typische channeling wo jemand sagt ja ich bin mit erzengel michael oder jesus oder mit wem auch immer verbunden ich kann mir vorstellen dass es menschen gibt die das können also das lasse ich jetzt einfach mal so im raum stehen und dass die botschaften die zum teil kommen auch menschen helfen können das ist durchaus möglich also ich meine ich habe auch schon channels beobachtet da war weit und breit kein geistwesen anwesen oder ich konnte es nicht wahrnehmen die botschaft die rüber kam fand ich aber super also denke ich auch so wow das kann leute wirklich inspirieren und auch helfen nur ich finde es dann so schade wenn man dann sagen muss das ist von erzengel raffael kann man schattest einfach hinschätten hey das ist meine meinung ja das ist mein ding und das würde ich cool finden in der spirituellen sehen wenn die leute sich nicht mehr immer verstecken würden hinter jesus und all den erzengel und geist führen sondern einfach sagen wir das ist meine meinung im grund ich habe ja auch schon videos von dir geschaut viel ähnliches was channels sagen natürlich benutzen die andere worten erzählst du zum beispiel auch aber ich cool dass du eben hinschätten sagt okay das ist meine meinung aber dann bist du natürlich auch angreifbar ja und ich denke ganz viele verstecken sich hinter erzengel michael und können sagen ja okay das hat er gesagt ich kann da nichts dafür so aber ich meine das wissen wir beide es gibt so viele verschiedene leute die eine gehen mit dem therapeuten in resonanz oder mit dem medium die andere mit einem anderen und schlussendlich glaube ich auch ich glaube nicht wirklich daran dass es betrüger gibt ich glaube einfach wirklich so daran dass es viele gibt die sich selbst überschätzen ja aber das gar nicht mit böse absicht machen sondern ja es gehört irgendwie zu ihrem weg aber also ich bin ja auch also ich bin spätestens seit ich habe gestern darüber nachgedacht also ich sag mal mein erstes ich bin ja im osten groß geworden sehr atheistisch habe nie was mit gott zu tun gehabt und ich sag mal mein erstes bekehrungserlebnis hatte ich als ich in ich habe ein jahr medizin studiert die die leiche im prepsaal auseinander genommen habe und mir klar geworden ist okay also dieses filigrane wunderwerk das kann mir niemand erzählen dass das durch den zufall der evolution entstanden ist und vor allen dingen je mehr ich das ding auseinander genommen ist mir irgendwie klar worden das ist kein mensch also hier fehlt etwas total entscheidendes und und auch wenn ich diese auswüchse kritisiere bin ich zum beispiel zutiefst davon überzeugt man brauche ich auch mit niemanden darüber zu diskutieren dass es etwas gibt was größer ist als unser fleischklöpschen und ich sehe zum beispiel keine aura weil ich würde zum beispiel sagen ich fühle eine aura also ich fühle was in der aura passiert und was ich halt so bedauerlich finde und deswegen finde ich die frage so spannend was ist eigentlich wirklich spiritualität dass ich einfach in der szene sehe dass ganz viele menschen die sich für total spirituell halten eigentlich nicht ihre ps hier und jetzt auf die straße kriegen ja und eigentlich einen enormen schatten mit sich herumtragen und all das was menschlich ist und was fehlerhaftes versuchen raus zu bügeln ich denke das ist ein großes thema also mir fällt ja auch auf dass die spirituelle sehen fast mehr document hat wie die religion total also richtig militant du musst so sein nur dann bist du spirituell du solltest nur das essen dann bist du spirituell also das habe ich selber erlebt als ich in der ausbildung habe ich war sieben jahre wirklich hardcore vegetarier und ich sage wirklich hardcore ich habe leute bekehrt im café überall ich habe sogar in restaurants verboten bekommen da reinzugehen weil ich die leute bekehrt habe ich habe keinen alkohol getrunken ich habe sogar probiert auf sex zu verzichten ich war wirklich in der hardcore pubertät drin und habe das sieben jahre durchgezogen weil ich immer ich wollte immer spiritueller werden ich hatte irgendwie das gefühl es muss noch mehr ich muss irgendwo doch mal hinkommen und ich weiß noch irgendwie so nach sieben jahren ging zu meiner lehrerin und es war so für mich eine der spirituellsten menschen die ich bis heute kennengelernt habe die war hat nichts besonderes gemacht einfach ihre präsenz hat mich immer berührt und ich bin zu ihr hingegangen habe gesagt hey ich bin total depressiv so und ich habe alles gemacht was soll ich tun ja was was sagt die geistige welt was soll ich tun und sie so ja geh raus heute abend gehen papp rein besser auf dich so richtig ist ein steak und pop eine frau das ist für mich so eine welt zusammengebracht das kann nicht sein und das vor einem spirituellen menschen so und ich weiß nicht bin total enttäuscht so im park in england rumgelaufen und habe dann so zu meinem geistführer gesagt die alte die dreht durch ja und dann habe ich so gedacht okay komm sieben jahre eh einfach zeit zeit vergeudet komm geh raus hast wenigstens spaß habe es dann gemacht und habe ich richtig wieder gespürt und ich weiß noch ich bin am nächsten tag mal halb acht morgen wieder in der kirche gesessen im unterricht und dann kann meine lehrerin und sagt so und das ist spiritualität so und das begleitet mich heute noch so weil ich oft viele menschen sehe die auf dem spiel 20 sich so einengen so klein machen die machen sich auch energetisch sein ja und auch jeden beurteilen also ich finde sie auch spannend jeder da draußen weiß genau wie du sein solltest wie ich sein sollte wie man sprechen sollte was man automatisch fahren darf was genau und und das finde ich schwierig und für mich ist spiritualität so jeder darf eigentlich so sein wie er wie er ist ja gibt es für dich überhaupt einen unspirituellen menschen ja das ist jetzt so heikel wenn ich sage nein im grund nicht weil wir ja jedem jeder ist auf seinem persönlichen weg und auch ich habe viele menschen getroffen die würde ich als unspirituell bezeichnen ich pascal ja und im nachhinein nach ein zwei monaten oder vielleicht nach ein zwei jahren sage ich so hey dank ihm durfte ich mich entwickeln also so und im nachhinein habe ich oft als unangenehme menschen eigentlich als initial zündung für meine entwicklung für für meinen weg kennengelernt und dann waren die dann im nachhinein für mich total spirituell die waren unangenehm aber ich probiere heute auch und es ist immer so ein bisschen schwierig so wenig wie möglich zu beurteilen zu verurteilen aber man ist so schnell drin also ich ja manche manche ich finde so manches die blüten die die bieten sich eigentlich fast sagen ich würde manchmal total gerne ein buch darüber schreiben ja ich meine ich war ja selbst drin insofern kann ich mir auch erlauben da da drüber zu lachen also ich werde ein buch machen wenn ich dann aufhöre dann habe schon gesagt mache ich mal ein buch wie sie spirituelle szene hinter den kulissen das blöde ist bloß dass die die gerade drin nicht drüber lachen können das ist so aber mir ging das auch so also ich hatte in ich seit mal meinen hochspirituellen phasen also da habe ich auch so versucht auf teufel komm raus durch die wand durchzukommen und zu sitzen zu sitzen zu meditieren und für mich ist einfach meine frau gewesen die einfach immer wieder gesagt hat also jetzt das was was ist denn daran spirituell du sitzt du meditierst du redest von frieden und dann gehst du raus gibst deiner tochter mathe nachhilfe unterricht und bist nicht in der lage friedvoll mit dir zu reden sondern du wirst wütend ja und bei mir war es dann irgendwann einfach so dass ich gemerkt habe ich sitze auf diesem meditationskissen habe einfach das gefühl irgendwas verpasse ich irgendwas fehlt noch und weiß nicht wie es dir ging aber ich hatte damals echt das gefühl ich also ich verrate meinen spirituellen vater sich rausgegangen in die welt und angefangen zu sagen ich will jetzt auch erfolg haben und ich will das alles und und mittlerweile mag ich den begriff gar nicht mehr so sehr sondern unterscheide für mich eher nach bewusst und unbewusst ich gucke mal nach dir sind schon die ersten fragen eingegangen der können ja immer so ein bisschen hin und her springen hier kommt die frage von natascha was ist glaube für euch beide magst du anfangen so wenn du direkt zu den leuten springst kannst du das also glaube finde ich extrem schwierig zu definieren weil es einfach halt was sehr persönliches ist also ich glaube das problem ist ich glaube ja ich glaube das ganz wichtiger punkt das problem ist dass jeder der glaubt das gefühl hat nur er hat den richtigen glauben und deswegen finde ich es auch so unglaublich schwierig über den glauben zu sprechen ich sage auch immer so meinen kurseinnehmern was ist wahrheit das geht so ein bisschen ins ähnliche rein finde ich so und ich sage immer so ich bin jeder einzige der die absolute wahrheit kennt ja nicht der feiz sondern ich bin aber in meiner persönlichen welt also meine wahrheit mein glaube muss nicht dein glaube sein muss nicht feiz glaube sein sondern jeder von uns hat zum glück einen anderen glauben und eine andere wahrheit und ich finde so ich persönlich glaube an was übersinnliches ich glaube auch an was göttliches aber mir persönlich ist es auch eigentlich immer mehr egal was die anderen um mich herum glauben weil ich weiß auch mein glaube ist einfach nur beschränkt also ich glaube nur das was ich erlebt habe was ich ja irgendwie auch gesehen habe ich meine wenn heute wenn du zum beispiel sagst ja ich kann mir nicht vorstellen dass man verstorbenes sieht ja ich habe es ja erlebt ja ich kann mir nicht vorstellen dass man das nicht sieht na ich werde das noch testen ja 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 also für mich ist auch ich habe also was mich eigentlich mittlerweile noch wundert ist warum wie wir menschen überhaupt noch dazu kommen können für unseren glauben in den krieg zu ziehen weil wenn wir uns die geschichte der menschheit anschauen dann ist ja total offensichtlich dass alles woran wir mal geglaubt haben sich im laufe der zeit immer wieder gewandelt hat und natürlich glaube ich auch an sachen also ich glaube zum beispiel daran dass es dass es die liebe als ein universelles prinzip gibt einfach aufgrund von bestimmten erfahrungen und der den moment in meinem leben wo ich einfach gespürt habe ich werde von dieser kraft getragen und gleichzeitig bin ich mir absolut bewusst darüber dass mein glaube in zehn jahren vielleicht ein anderes und deswegen versuche ich zum beispiel bei allem was ich glaube mich immer zu fragen unterstützt diese art des glaubens leben also es ist lebensförderlich ist es für mein leben förderlich und es ist auch für das leben meiner mitmenschen förderlich und das ist dann ist es für mich ein legitimer glaube also dann also zum beispiel fragen mich um meine meine teilnehmer auch oft glaube ich an gott sondern ich habe den vorteil also dadurch dass ich wirklich in einer kommunistischen kultur groß geworden konnte ich mich damit 20 diesem thema so dermaßen unschuldig nähern und aufgrund von bestimmten erfahrungen meditation glaube ich zutiefst an eine schöpferische quelle und gleichzeitig sage ich immer selbst wenn sich am ende herausstellt dass das war alles nur eine illusion merke ich einfach dass der glaube mir total hilft jetzt und hier friedvoll zu sein jetzt und hier mich möglichst gechillt durch das leben zu bewegen und insofern ist voll okay aber ich muss mir nicht die birne einschlagen mit dem artisten der seiten ein auf gar keinen fall das kann ich nicht beweisen das ist ja immer ja was ich immer trickig finde ist und das finde ich halt in der spirituellen szene so so traurig manchmal dass ich finde das glaube sehr oft benutzt wird um die chance jetzt zu vermeiden also gerade zum beispiel das konzept von reinkarnation also ich habe echt oft mit leuten zu tun gehabt wo ich das gefühl habe die geben jetzt nicht gas und die riskieren jetzt nicht alles weil sie sich irgendwie ausruhen auf der vorstellung dann mache ich es halt beim nächsten tonus das ist so oder das ja das sage ich auch immer wieder schlussendlich ich glaube an reinkarnation aber ich merke auch so dass viele entweder sich auch auf der vergangenheit also auf der vergangenen leben ausruhen oder dann auf zukünftigen und ich sage so jedes leben ist einfach zu geil also ich finde meditieren auch cool das was du vorher gesagt hast aber ich sage so das auch wichtige sache einfach mal zu sich zu kommen aber das leben findet draußen statt also heute ist die zeit vorbei glaube ich so schauen wir mal weiter was passiert bei menschen die sich mit nichts anderem als spiritualität beschäftigen und dabei völlig die bodenhaftung verlieren die rechnung nicht bezahlen keine verantwortung übernehmen mit jedem liebe machen und so weiter weil man ja frei sein will und darf und das ohne rücksicht auf verluste weil alles andere ja nur ego ist irgendwie wirkt es als hätten sie dann doch ein ziemlich starkes ego nur halt ein neues spirituelles wie kann man mit ihnen umgehen also das ist eins meiner meiner lieblingsthemen meiner arbeit weil ich auch aufgrund eigener erfahrung einfach feststellen musste wenn wenn das ego nicht reifen darf also wenn wir in unserer persönlichkeit nicht reifen und auch nicht lernen uns selbst zu reflektieren und unserem schattenpotenzial dann ist es eigentlich völlig wurscht welches konzept wir nehmen dann werden wir jedes konzept missbrauchen uns aus dem weg zu gehen ja und und ja ich glaube es gibt tatsächlich eine sehr reife eine sehr bodenständige form von spiritualität die in meiner erfahrung ich weiß nicht wie es dir geht überhaupt nichts spektakuläres hat sondern was total bodenständiges und dann gibt es kleine unreife egos die ich sag jetzt mal die versuchen da so den abkürzungsweg durchzuschlüpfen und einfach ein konzept zu benutzen um zum beispiel die aufgabe von disziplin nicht zu meistern um und da kann ich mich ja meine eigene nase fassen also ich habe vor ich vor 15 jahren hat mich das leben eingeholt mit meiner ersten brutalen nachzahlung an steueramt und ich war aufrichtig entsetzt und erstaunt wie es sein kann dass ich steuern nachzahlen muss weil ich doch ein spirituelles unternehmen führe und weil ich doch eigentlich der welt schon voraus bin und das war damals so ein aufwacher auf dem wie siehst du das ja ich denke für mich ist jetzt das eben was jetzt wer hat es kein namen was sie geschrieben hat ist etwas was ich ganz oft erlebe so und ich dann aber auch sagen muss für mich persönlich hat das nichts mit spiritualität zu tun auch wenn ich so wenn man die szene anschaut auch die referenten anschaut oder jetzt spirituelle buchautoren und so die meisten die wirklich bekannt geworden sind die meisten nicht ganz alle aber die stehen wirklich voll im leben also da da ist nichts mit nur rum meditieren und nur vor sich hin schweben und lächeln und alles ist schön sondern es ist auch viel arbeit an sich selbst ja und ich sage auch ganz bei ganz vielen spirituellen die lehnen ihr ego ab ja oder die sagen immer so nein ego ist was ganz schlecht ist auch etwas voll cooles ja weil ego was heißt ego eigentlich ist es unsere antriebskraft das heißt ja wir brauchen auch das ego dass wir uns gesund ernähren dass wir auf unseren körper achten dass das ist ja alles ego nur der egoismus ist schlecht nur viele sind ein in einem spirituellen egoismus drin ich bin es extrem unspirituell wenn man immer alle beurteilen sagt na die sind alle schlecht ich muss mich schützen ich muss mich abgrenzen es hat ja nichts mit spiritualität zu tun oder ich schwinge höher wieder andere das ist ja auch so eine geile spirituelle aussage und ich sage immer so die leute brauchen wirklich mal wieder boden unter den füßen einfach mal wieder ins jetzt kommen und da distanziere ich mich auch weil da sage ich da gehe ich auch bewusst in die bewertung sagt so das hat für mich nichts mit spiritualität zu tun sondern spiritualität ist für mich einfach leben aktiv sein auch in begegnungen mit menschen klar hat man immer wieder zeit für sich aber ja rumschweben bringt nichts und dafür liebe ich dann die nicht bezahlten rechnungen weil irgendwann tun die dann einfach so wie das würde ich auf den boden der tatsache zurückholen das ist so was ich bedauerlich daran finde ist dass ich ganz oft feststelle dass ihr seid mal normale menschen also gerade dadurch eigentlich abgeschreckt werden sich mit mit spirituellen themen zu beschäftigen weil sie denken okay wenn das da rauskommt das kann es jetzt nicht gewesen sein das verstehe ich auch also ganz viele männer die an meine vorträge kommen die die schauen vorher nicht meine website oder meine videos an und die kommen nachher dann manchmal in der pause oder nachher sagen ich habe schon angst gehabt die geht jetzt zu einem guru oder so aber du redest ja wie wir und ich sage auch immer das ist mir ganz wichtig ich sage auch immer ich bin kein spiritueller mensch weil ich bin mir jetzt sicher wir haben jetzt auch in dem thema ganz viele bewertungen drin gehabt der muss müssen wir auch fassen das kann man keine kommunikation führen und ich bin sicher ganz viele da draußen denken so war die sind ja auch total und spirituell die bewerten und so und ich sage auch so ich bin kein spiritueller mensch sie einfach mein ding durch so wenn mich jemand als spirituell anschaut schön wenn jemand aus uns spirituell auch okay also es verändert mich nicht weil ich bei mir bleiben es ist ja auch wichtig finde ich eine bewertung zu treffen weil wir brauchen eine positionierung also sehr wichtig die in frage zu stellen aber fakt ist dass ja selbst das ist das finde ich mal so witzig also die ich sag mal die spirituellen menschen die dann kommen und was weiß ich so typen wie uns vorwerfen ihr bewertet ja ihr seid ja dann sag ich mal was machst du gerade so ist ja auch eigentlich gar nicht schlimm also zu der frage von dem jemand der leider anonym ist also das hat in meiner erfahrung und ich glaube auch in deiner gar nichts mit spiritualität zu tun sondern es einfach nur ein versuch ein paar abkürzungen zu nehmen die leider oder gott sei dank nicht funktionieren wahrscheinlich nicht ja heidi fragt wenn die seele mit der du kontakt aufnehmen willst inzwischen schon wieder auf der erde inkarniert ist welche info bekommst du dann meine lieblings frage deswegen muss ich lachen liebe heidi ich probiere es ganz 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 kurz zu erklären aber weil das ist so ein komplexes thema und da würde ich jetzt alleine 25 minuten erklären falls du es nicht verstehst geht mal auf youtube meinen namen und wiedergeburt ein weil da hat ein video für über 35 minuten das problem ist wenn wir von reinkarnation reden dass wir immer das gefühl haben in feit drin jetzt so als beispiel ist die seele ja wenn er mal in die geistige welt geht geht die seele raus wartet dann so in der geistigen welt und wenn dann irgendwo wieder eltern bereit sind dann inkarniert die seele wieder und ich sage immer das ist aus meiner sicht nicht ganz richtig in feit drin ist eigentlich nur ein aspekt seiner seele also die seele ist viel mehr als in unserem körper ich vergleiche das immer so ist ein brotteig ja wir sind brotteig und wenn wir inkarnieren wird aus diesem brotteig quasi ein teig klumpen genommen und aus dem wird dann ein teig frauchen oder teig männchen geformt und das lebt dann hier als feit und ist eigentlich wie eine wlan verbindung verbunden über über das kronenschakra oder wie man das jetzt immer nennen will mit der seele und wenn der feit hier gute erfahrung macht wird die ganze brotteig seele abgedatet so oder natürlich auch das gegenteil und wenn jetzt der feit dann in der geistigen welt ist dann geht das ganze ding geht wieder in diesen brotteig rein so wenn ich jetzt kontakt aufnehmen nehme ich mit dem teil von der seele kontakt auf aber aus dem brotteig wird schon längst wieder ein neuer mensch geboren aber der hat wieder eine ganz andere zusammensetzung der hat einfach gewisse energien drin der hat gewisse informationen drin und kann dann in resonanz kommen mit feits leben aber ich gehe eigentlich zur quelle dort wo der feit abgespeichert ist so jetzt ist ich probiere es immer einfach zu erklären ich mag solche bilder aber es ist so wie eigentlich wir sind nur eine körperzelle ja und und der körper ist eigentlich die seele so so ich hab mal danach wenn ich dich jetzt fragen würde nach meinem großvater so wie lange bräuchte es um zu gucken ob er für ein gespräch aber da ist so also im grund ist es immer so dass es relativ schnell geht also ich muss jetzt nicht irgendwie stundenlang meditieren oder irgendwie so es geht relativ schnell was man einfach braucht ist zeit also zum beispiel zum wahrnehmen kann man relativ schnell dass ich sage okay ich kann die energie wahrnehmen oder ich könnte dein großvater wahrnehmen aber zum ihm beweisen also es wird mir der wichtigste teil brauchst du schon so 20 30 minuten so dass du einfach weil bevor ich anfangen dir dann eine botschaft zu geben also irgendwie wirklich eine botschaft ist der erste teil einfach man erzählt über den grossvater so dass du auch wirklich sicher sein kannst dass es er ist und das braucht zeit so und dann je nachdem gibt schon gewisse voraussetzungen die die ideale sind oder weniger ideal aber das ist wie bei jedem job aber eigentlich ist es nicht so dass man ein zwei stunden sich vorbereiten muss gab schon mal wissenschaftler die gesagt haben hey pascal wir wollen nicht mehr untersuchen wollen das mal checken also ich habe in der schweiz das war zwar nicht bei jenseits kontakten sondern das ging ums heilen haben sie gehirnwellen untersuchungen gemacht dass sie haben zum beispiel geschaut wie ist es wenn ich jemandem die hand auflege und verbunden bin mit der geistigen welt und da war schon faszinierend dass dann zum beispiel meine hirnwelt als gab den sogenannte wir haben die heilerwelle genannt weil man einfach kein besseres wort hatten aber dass mein gehirn eine welle produziert hat und beim klienten dann mit der zeit dieselbe welle produziert hat so beim verstorbenen ist es immer schwierig wissenschaftlich ist es unglaublich schwierig zu beweisen also früher habe ich so diesen anspruch gehabt habe immer so gesagt okay es muss beweisbar sein aber es ist ja eigentlich beweisbar sein wenn du jetzt wirklich details lieferst also ja wirklich nicht wissen kannst das ist aber das ist ein beweis für den klienten aber es kein wissenschaftlicher beweis weil man ihn nicht messen kann man kann dann zum beispiel man könnte vorbeigehen und dann das zeigen zum beispiel ein ein ding habe ich glaube ich für sat 1 gemacht bei kerner war ich eingeladen habe ich zum beispiel gesagt ja war eine frau habe ich gesagt ja dann junge hat selbstmord gemacht aber irgendwie so erzählt da habe ich so gesagt ja und wenn man zum fenster raus schaut dann sieht man immer einen apfelbaum so und hat die mutter gesagt ja das stimmt so und jetzt sind die mit der kamera hingegangen haben auch vieles so gefunden aber zum beispiel der apfelbaum das war ein apfelbaum vor einem fenster aber da war ein topf drin so dann haben sie gesagt ja das ist kein wirklicher beweis ist ja kein bäumen das ist ein bäumchen also das ist dann so die schwierigkeit manchmal auch so dass so wissenschaftlich wir haben es schon probiert aber es funktioniert nie so 100 prozent wissenschaftlich aber was ich viel spannender finde aus der quantenphysik die quantenphysik beweist eigentlich dass es ein leben nach dem tod gibt weil wir 100 prozent reine energie sind energie kann weder auflösbar noch zerstört werden sie kann nur verändert werden also ist eigentlich wissenschaftlich bewiesen dass wir weiter existieren die frage ist wie die frage ist wie ja natürlich und für mich persönlich ist es gar nicht mehr so wichtig jetzt den leuten zu sagen hey ich kann das weil das habe ich auch so gemerkt klar ist es cool wenn du auf der bühne stehst und irgendwie so und die leute das gefühl haben du hast so außerfindlich sinnliche fähigkeiten aber dennoch ob schon ich verstorbene sehe habe ich auch mit meinem leben genauso zu kämpfen wie jeder andere hier draußen auch also es ist ich sage auch immer nur es ist ein talent auch die polizei zum beispiel wo ich zusammenarbeite das ist schon spannend die sagen immer so gerade mit denen wo ich öfter zusammenarbeite sagen immer so wir glauben nicht dass du außersinnliche fähigkeiten hast so weil das dürfen wir nicht aber du kannst irgendwas einfach doppelt so schnell wie jeder profiler und ich sage immer so hey das ist okay weil schlussendlich geht es nur darum dass ein fall geklärt wird oder dass jemandem geholfen wird so ja kann sich so ganz wissenschaftlich beweisen und zunächst fragen gazalie hallo lieber pascalen feit was für ein schönes duo ihr seid danke gazelle meine frage pascal machst du die erfahrung dass verstorbene sehen noch an lebenden oder dem leben hängen nicht wissen wo sie hingehören wenn ja wie gehst du damit um wie kann man der verstorbenen seele und dem lebenden helfen okay das wahrscheinlich auch noch häufig gestellt ja das ist eine sehr häufig gestellte frage also dieses ich habe noch nie eine seele gesehen dass schlecht geht ich habe noch nie eine seele gesehen die irgendwie am leben hängt also auch nicht weil das habe ich oft gehört also sehen die selbstmord begangen haben ja da sagt man ja oft ja das problem ist eine seele die zum beispiel selbstmord gemacht hat da habe ich immer eigentlich das gegenteil erfahren also dass man muss auch vorstellen dass jemand das überhaupt tut ja da hat seine seele im leben so einen großen schaden genommen es würde keinen sinn machen dass sie noch in der geistwelt bestraft wird oder irgendwo umher irren muss oder so sondern um die wird sich eigentlich viel mehr gekümmert ja also gerade das gegenteil ist der fall wir müssen auch schauen wenn wir tot sind sind wir nicht blöd ja wir sind nur wir haben nur keinen physischen körper mehr und ich muss immer lachen wenn die leute sagen ja im schloss drin das spukt so rum und so ich sage schon dass wir uns alle richtig verstehen spukphänomene gibt es aber die werden nicht von geistern oder so ausgelöst also da unterscheide ich ganz besonders die meisten zum beispiel man muss auch die meisten medien haben keine ausbildung ja mir ist auch aufgefallen so das ist auch wieder bewertend aber dass eigentlich medien die so sagen ja es gibt verstorben die sind hängen geblieben die muss man befreien oder da gibt es besetzungen und so das sind immer medien die keine ausbildung haben die aber auch sagen sie brauchen keine ausbildung und es gibt zwei verschiedene fähigkeiten zum wahrnehmen das eine ist das sensitive das heißt ich lese zum beispiel deine aura energie oder ich lese die energie in diesem raum drin und dann gibt es das medial also den kontakt zu verstorben und geistführer von mir aus auch engel und so weiter und die meisten wenn jetzt hier zum beispiel mord stattgefunden hat ja dann lesen viele sensitiv und natürlich sehen die dann zum beispiel ja hier wurde jemand umgebracht und das ist dann so wie eine zeitschlaufe sagen ja der arme kerl hängt hier fest aber was die in wirklichkeit machen die stehen nicht mit der seele im kontakt sondern die lesen sensitiv die energie in diesem raum drin also quasi das was da mal geschehen genau was da mal geschehen ist das sieht für die echt aus und deswegen haben die auch das gefühl ja die wissen nicht dass sie tot sind weil weil sie immer wieder das geschehen erlesen das zum beispiel auch das was ich hauptsächlich bei der polizei mache ist gar nicht den verstorbenen fragen weil der verstorbenen sagt nie das war kammer ich brauche täter und opfer ziehen sich an also wenn man zum beispiel aufklären möchte dann liest man sensitiv was ist da passiert ja und da gibt es natürlich auch dann viele daher kommen dann auch die gerüchte der ist noch in der zwischenwelt weil das nicht ansprechbar da ist nicht klar da und so weiter aber es ist einfach sie lesen die restenergie hat aber nichts mit der seele zu tun die seele von uns alle geht sofort ins licht rein ja es hat natürlich auch aus der bibel kommt das dass man früher einfach dieses himmel paradies gehabt hat aber das wort hölle gab es ja ursprünglich gar nicht das kam erst im 16 jahrhundert ja vorher war das nicht existent und das war ja eigentlich das wort hart ist was man in hölle übersetzt hat aber hart ist war eigentlich nur das heidische wort für geistige welt also es war hat nichts mit unserer hölle zu tun gehabt und viele spirituellen benutzen natürlich auch oder viele medien jetzt ein stück rüber kommen ich wandere immer du hast bestimmt was mit den feldern hier zu tun viele viele medien haben arbeiten natürlich auch mit dem mit dem angst prinzip ja deine oma ist nicht im licht und so aber das ist übrigens was weiß ich was ich so bestimmten auswüchsen in der richtung echt übel nehme weil ich ganz oft das gefühl habe dass menschen wenn sie von diesen medien kommen noch verwirrter zurückkommen also ist es auch ganz schlimm und ich merke ich merke auch das was ich am meisten angegriffen werde wenn ich auf der bühne stehe und den leuten sagt hey ihr müsst keine angst haben lustigerweise werde ich gar nicht so oft angegriffen dass ich sage hey das sind tote sondern dass ich sage es geht denen alles gut glaubt den scheiss nicht ja also und da denke ich auch so hey leute vieles hat einfach auch mit logik zu tun so auch die verstorbenen was sollen die noch irgendwie da herumirren wenn du vielleicht da bist oder mit so ein bisschen vielleicht im keller unten oder so ja was will die oma alleine hier unten ja wenn du da bist dann kann schon mal sein dass die schaut wie geht es ihm gerade oder dass dann auch ein spukphänomen gibt aber die spukphänomene sind immer vom verstorben die sagen wollen hey hallo ich bin noch da mir geht es gut ja weil wir machen alle denselben fehler egal ob wir daran glauben oder nicht wenn jemand stirbt der uns wirklich am herzen war was sagen wir dann hey oma wenn du wirklich noch da bist gib mir ein zeichen ja mach dich bemerkbar so und wenn jetzt fällt das bild runter oder irgendwie war es und dann ruft man telefon helse ja und sagt ja das ist ein böser geist da muss man auch ins licht führen so und ich sage so die müssen nicht ins licht geführt denn die sind im licht ja sondern die wollen sich einfach bemerkbar machen sagen hey alles ist gut wer wir sehen uns wieder kann es sein dass wenn menschen das gefühl haben da hängt noch was von dem verstommenen an mir daran dass es letztendlich eher unser prozess ist also zum beispiel ganz viele sind auch schon gekommen haben gesagt ich habe eine besetzung und wenn man dann die aura anschaut haben die einfach zum teil einfach durch den verlust vielleicht schon einfach sehr stark depressive züge oder dann wirklich psychosen und die gehören dann auch nicht zum medium sondern zu einem guten psychologen also das habe ich ganz oft eigentlich so die meisten menschen die wirklich so sagen ja ich habe besetzung böse geistung die gehören zum guten psychologen wenn man da wirklich sieht dass dem psychische was nicht ich will damit nicht sagen dass die wirklich ernsthaft psychisch krank sind aber natürlich je auch gewisse erlebnisse können einfach unser ja unsere stimmung und oder auch depressive züge machen übrigens weil das wort angst jetzt ein paar mal viel also ich habe immer für mich eine der unterscheidungen zwischen spirituell und spirituell ist für mich dass ich das gefühl also wahre spiritualität arbeitet niemals mit angst auch nicht mit dem was wir von der kirche so gut kennen mit schuld oder mit scham sondern es ist eigentlich immer immer eine geste der liebe das sage ich auch so dass was ich auch immer den leuten probiert zu sagen immer wenn es angst macht dann dann ist es nicht das richtige also so also vorsicht vor leuten die kommen und sagen du musst hier groß eine austreibung ja auf jeden fall und ich meine oder auch von leuten die auf der straße auf einem zukommen sagt hey ich sehe gerade deine aura oder von leuten sagen hey ich sehe gerade deinen opa und so also ein seriöses medium hat gar nicht nötig leute auf der straße zu belästigen oder ohne dass sie gefragt sind so aber das ist nur meine sicht der dinge schauen wir weiter jasmin fragt was haben träume für eine bedeutung für die geistige welt und für die auswirkung in dieser welt träume ist für mich immer ganz 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 schwierig zu beurteilen eigentlich musst du dir so vorstellen wenn du schläfst ja bist du vom bewusstsein natürlich schon viel offen also du kannst die geistige welt wahrnehmen so nur die meisten träume die wir haben sind einfach normale verarbeitungsträume also viele leute erzählen mir immer wieder ich träume von meinem verstorbenen mann ist er dann da ja und da sage ich immer ich kann es nicht beurteilen ich müsste wirklich neben dran sein um zu beurteilen ob das so ist viele sind wirklich normale verarbeitungsträume aber natürlich ist es oder kann ich mir sehr gut vorstellen dass wenn wir schlafen dass vielleicht der verstorbene mann ab und zu mal vorbeischaut wir das spüren ja diese präsenz unbewusst spüren und dadurch dann auch träume von diesem verstorbenen ausgelöst werden von dem her sage ich immer so ja ich glaube schon dass wir im traum besucht werden von den verstorbenen aber auch hier muss man einfach ein bisschen aufpassen wenn man ständig von einem verstorbenen träumt dann zeigt es eher so hey da da ist was noch nicht verarbeitet also da würde ich eher mal schauen wie kann man das besser verarbeiten und so außer es sind schöne träume oder es kommt nur ab und zu vor deswegen ist immer ein bisschen schwierig man müsste schon wie ist die art der träume was meint man genauso aber kontakt ist auf jeden fall da nur wenn es zu viel ist würde ich einfach an der verarbeitung noch arbeiten von kirsten kommt die frage rein hast du einen tipp wie ich mich von einem verstorbenen verabschieden kann von dem ich das gefühl habe er hat mich noch nicht los geht er hatte mich noch nicht losgelassen als er noch lebte okay gibt mehrere tipps also erstens man muss man sich bewusst machen dass er auch wenn er in der geistigen welt ist er immer noch da ist und ich besuchen kann also der musste ich gar nicht wirklich loslassen ja der behindert dich auch nicht wenn er da ist aber wenn du das gefühl hast es sind vielleicht dinge noch ungeklärt oder so ein schönes ritual was wirklich jeder machen kann ist einfach ein abschiedsbrief schreiben dass du einfach alles in einen brief verpackt und abschiedsbrief schreibst und dann je nachdem wie es für dich stimmig ist zum beispiel sagst ich verbrenne den oder ich mache ein ritual von mir aus auch mit kerzen und räuchern wie es für dich stimmig ist oder du gehst zu einem see und übergibst den brief dem wasser etwas anderes was man auch machen kann ist das macht man auch sehr oft in der psychologie also das hat mir ein psychologe gesagt dass man einfach ein gespräch noch mal führst also die vorstellst die person ist da und ihr das quasi noch mal klärt wenn du das machst wird die person auch angezogen also das ist auch so vorher wo du gefragt hast wegen deinem großvater ja hat man sofort gesehen dass du schon überlegt hast könnte er da sein weil sofort hat sich eine energie aufgebaut und sofort wenn ich an einen verstorbenen denke wird er quasi von dem gedanken angezogen also kannst du auch in gedanken oder wirklich laut quasi das wie noch mal klären einfach deine sicht sagen so das sind so für mich so die einfachsten rituale wichtig ist aber auch dass auch wenn die person nicht loslassen konnte jetzt in der geistigen welt kann sie das weil sie auch angeschaut hat wenn wir sterben schauen wir unser ganzes leben noch mal an also es ja auch angeschaut warum hat sie an dir festgehalten und da wurde ihr auch geholfen so wichtiger ist dass du jetzt loslassen kannst du wieder wirklich aktiv ins leben kommen kannst und ich nicht blockiert fühlst nur weil da mal jemand war der sich im leben nicht loslassen konnte bebe der himmel auf erden wenn auch jeder jedem lieber geben will also das bedürfnis des anderen erfüllen möchte das ist doch der himmel auf erden dann geschieht auch mein wirklicher wille mein geben ist doch mein empfang also ich würde mal sagen wie mit dem ist nix hinzuzufügen also ich sehe auch nicht wirklich eine frage aber ich sehe es genauso wie du also ich glaube wenn wir uns alle hier anfangen zu beschenken dann ist es schon wieder echt egal ob es danach gibt oder auf jeden fall das ist auch so vielleicht auch noch was ein bisschen zu wenig rauskommt dass man sich selbst auch viel gibt und liebt so also ich finde das auch das vergessen auch ganz viele manchmal finde ich so man gibt zwar gerne den anderen in sich selbst vergessen aber super schön katrin fragt was kann man machen um verstorbenen zu helfen oder was ist der sinn wenn sie kontakt aufnehmen mir macht das angst weil ich nicht weiß was ich dann tun soll ich wünsche uns viel spaß und herzlichen dank an pascal feit und den ganzen lieben drumherum danke erstmal für die wünsche danke auch gutes meister habe ich glaube ich vorher schon ein bisschen beantwortet wenn du jetzt das gefühl hast mit ihm das ständige verstorben um dich rum und 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 das tut ihr nicht gut dann kannst du auch einfach ganz klar sagen geh weg ja ich will das jetzt nicht und wenn der echt ist das immer so ein guter indiz auch wenn kinder nicht schlafen können zum beispiel weil sie sagen ja da ist irgendjemand noch in meinem zimmer wenn das nicht natürliche ängste von den kindern sind weil das ganz schwierig zu unterscheiden was ist fantasie eine natürliche angst oder wirklich von verstorbenen der einfachste test ist immer wenn du wenn das kind oder du selbst einfach sagt bitte geht weg wenn die echt sind gehen die sofort weg weil die verstorben haben eigentlich kein interesse daran uns angst zu machen wenn die wirklich kommen geht sie nur darum um zu sagen hey hier geht es gut alles ist gut ja weil die auch spüren da ist jemand der vielleicht noch leidet oder mit der trauer nicht ganz am klar kommt also es ist einfach wenn du einfach sagt ja ich habe gemerkt du bist da jetzt könnte aber gehen ja kommt in einer woche wieder oder oder wann es stimmig ist das so das einfachste so auf die schnelle so einfach ja da stellt viele gruselfilmen frage ja elke fragt hallo pascal wie fühlt es sich an wenn du mit einer verstorbenen seele in kontakt bist hast du dann auch ein optisches bild ja also es ist so schon so dass ich manchmal auch die wirklich sowie quasi wie eine art umriss wahrnehme meistens ist aber so muss man sich vorstellen dass ich wie wenn du jetzt an deinen letzten urlaub denkst so dann steigen sofort innere bilder hoch und wenn ich einen verstorbenen herr bitte merke ich dann plötzlich so da steigen erinnerungsbilder auf die ich nicht kenne und die übersetze ich dann das ist dann auch eben wiederum ein bisschen die schwierigkeit vom klar beweisen weil ich eigentlich nur die bilder übersetze und der betroffene kann sie dann oft verstehen weil er bei die verstorbenen seien ich immer die bilder die ja die wichtig irgendwie waren oder so also ich meine bilder übersetzung wie wenn man gedanken bilder übersetzt ich merke einfach so plötzlich dass an erinnerungen hochkommen die nicht meine sind oder wenn ich zum beispiel frage wie ist jemand gestorben also was ist da passiert dass ich dann vielleicht an meinem körper plötzlich hier sowie zwei hände auf meiner brust spüre ja und dann weiß ich okay da muss was mit der lunge gewesen sein und wenn ich dann spüre dieser druck drückt kommt sowie von unten dann weiß ich aha da muss flüssigkeit auf der lunge gewesen sein oder wenn ich dann zum beispiel irgendwo einfach wie in schmerz spüre und das gefühl habe so dass wie wie eine faust in meinem körper drin dass ich dann weiß okay da geht es mehr um krebs also es ist eigentlich so wie eine bild gefühlssprache also ich habe keine verstorben die leider habe ich das nicht die so nebenan sind und mir alles ins ohr flüssen das wäre cool weil dann könnte man es wahrscheinlich brutal gut beweisen so das heißt du fühlst du noch ja ich fühle richtig ist manchmal unangenehm also weil ich mich aber auch davon löse ich weiß in dem moment wenn ich eine trauer spüre oder schmerz spüre es geht nur die wollen mir erklären was bei ihnen passiert ist ich darf da nicht darauf einsteigen also wenn ich darauf einsteige und sagt wie krass wie ich das spüre dann kann diese schmerz unerträglich werden das habe ich vielleicht früher so habe ich das schon cool gefunden also auch irgendwie wenn du so merkst okay das das war ein autounfall und dann hast du immer wieder darüber nachgedacht dann ist das gefühl natürlich stärker geworden aber ich weiß auch ich kann nichts übernehmen oder es kann mich nicht schädigen oder irgendwas sondern es ist einfach nur eine art von kommunikation katharina fragt ist es wirklich wahr dass ein gebet eine bitte in der geistigen welt ankommt ich spreche immer mit meinen engeln und fühle mich gut damit ja also ich glaube schon dass gebete eines extrem starke wirkung haben nur ich sage immer also meinen kurs einnehmer viele verwechseln beten mit betteln ja also viele sitzen da und sagen lieber gott bitte machen wir das und das und das lieber gott bitte schauen mein traum partner oder das und ich sage immer so das kommt nicht an also da müssen wir schon in die schöpferkraft gehen und aktiv werden aber ein gebet oder wenn man einfach auch man darf schon mal sagen hey unterstützt mich mal oder gibt mir ein zeichen oder ich sehe da gerade was nicht aber wenn wir selber nicht aktiv werden dann hat das betteln keine wirkung aber ein gebet hat immer eine wirkung weil das geht ja meistens so ich wünsche eigentlich ein gebet ist ein wunsch für was gutes für mich selbst für andere oder einfach dankbarkeit oft ist eigentlich ein gebet wir für heute ist ja beten irgendwie so uncool also wenn ich meinem freund sagt ja ich bete das ist ja ich bin einfach dankbar für mein leben so aha ja dankbar bin ich auch ja das ist ja so dankbarkeit ist eigentlich ein gebet für mich ja so wie sieht es bei dir aus gut ist also für mich ist das ganz genauso also gebet ist für mich dankbarkeit aber auch oft so eine art von ich würde sagen dialog mit der schöpfung also ich einfach also auch wirklich davon ausgehe dass ich gehört werde und selbst wenn da nichts auf der anderen seite ist ich einfach ganz oft danach einfach im frieden spüre und auch schon wirklich oft erfahren habe das offener magische art und weise dann in den kommenden tagen etwas passiert ist wo ich dafür da gibt es zusammenhänge die sind größer als mein leben ja aber ich kenne auch also ich finde auch diesen unterschied so wichtig dieses zwischen hey ich will ja was für mich machte biet das mal für mich gerade und also gemäht ist für mich eigentlich ihren hingeben ja geben kommt ja glaube ich auch von gebet jasmin fragt wie kann ich zu meinem verstorbenen sohn kontakt aufnehmen und woher weiß ich dass die antwort von ihm und nicht von meiner fantasie ist also selber gibt es auch so liebe jasmin was ich dir empfehlen kann ist wenn du eine botschaft möchtest oder so dass du wirklich deinem sohn sagst hey gib mir irgendwie ein zeichen von außen so das kann dann zum beispiel sein dass du plötzlich den impuls bekommst ja ich möchte das radio einstellen und da kommt ein lieblingslied oder du gehst in der bücherei und hast dann irgendwie ein buch wo eine botschaft richtig drin ist wenn man selber jetzt das ist auch bei mir so wenn ich selber mit meinem vater jetzt kontakt aufnehmen möchte ja durch das dass diese impulse hat wirklich fein sind also so eben gefühle sind oder bilder sind ist die chance dass man selber wenn man mit den eigenen verstorbenen kontakt aufnehmen in eine fantasiewelt rein geht extrem groß also ich empfehle dir wenn entweder wirklich sagt ich bitte um ein zeichen von außen also dass irgendwas kommt wo du einfach wirklich dann auch spürst hey das da hat mich mein sohn hingelenkt oder mein sohn hat mir den impuls gegeben den fernseher einzustellen oder so das sind eigentlich so die schönsten impulse die man selber machen kann und wenn wenn es wirklich was zu klären gibt also wirklich was groß ist so was wo ein impuls nicht reicht dass du einfach spürst dass er noch da ist ja dann empfehle ich dir wirklich am zu einem sehr guten medium zu gehen wo man das klären könnte weil selber ist wirklich schwierig ich sage auch immer so wenn man selber ständig nur mit seinen eigenen verstorbenen kontakt treten möchte es ist oft so auch nicht gut also es kann auch ins destruktive dann dass die trauer dann noch größer wird dass man da nur noch zu hause sitzen möchte und mit den verstorbenen kontakt zu treten und ich kann es natürlich ich kann es gerade voll fühlen also ich stark die sehnsucht sein kann also also gerade mit kindern noch mal was klären zu wollen oder noch mal was sagen zu wollen also das ist das ist eigentlich auch so das schwierigste also da merke ich auch so da fällt es mir selber auch dass mit einer oma oder opa ja da so auch eltern geht dann wieder aber kinder ist so auch so das schwierigste auch für mich als medium weil du einfach auch merkst es so gerade wenn die leute kommen dass es unglaublich schwierig ist oder kannst du auch oft so viele beweise geben sagen ja das hat alles gestimmt aber irgendwas fehlt mir noch ja aber was ich immer erlebt habe und das oder ganz oft dass ich ich habe leider sehr viele eltern betreut die kinder verloren haben aber wenn du die nach zwei jahren wieder gesehen hast haben viele gesagt okay es ist das schlimmste was mir je passiert ist aber durch diesen verlust habe ich angefangen mich mit meinem leben mit der vergänglichkeit auseinanderzusetzen und habe einfach viel mehr gemerkt dass es lohnt spaß zu haben und zu leben also haben und es berührt mich immer unglaublich weil weil ich doch sehe bei eltern so gerade nach einer gewissen zeit wenn die wirklich haben das angeschaut haben und die trauer auch zugelassen haben weil ich sage auch oft so man muss die trauer auch mal zulassen und die wirklich mal durchgehen und wenn man das gemacht hat dass ganz viele dann wirklich so eine richtige kraft haben also da kann man dann wenigstens ein bisschen was positives wenn überhaupt daran sehen aber es ist auch für mich als medium unglaublich schwierig auch wenn ich weiß den geht es allen gut ja aber bei kindern merke ich auch immer so auch wenn ich demos gebe und da habe ich ein jugendlicher oder ein kind dann denke ich auch immer so okay muss immer schauen dass die energie da nicht runter geht ja okay hier kommt die frage von julia ich werde von etwas jeden einzelnen abend daran erinnert dass ich mal sterben werde es ist wie ein schlag auf den kopf von hinten sobald mein kopf auf dem kissen liegt kommt der gedanke an den tod der aber scheinbar nicht zu mir gehört ich habe es mittlerweile akzeptiert denn jeder muss ja mal sterben aber jeden abend daran erinnert zu werden ist seltsam kannst du also die frage geht an dich kannst du etwas dazu sagen gehört der gedanke zu mir also ich denke nicht dass der von einem verstorbenen kommt oder irgendwie vom geistwesen und so ich glaube einfach dass da irgendwie eine angst vom sterben wahrscheinlich ist für mich auch ganz schwierig jetzt so aus der ferne zu beurteilen aber meine vermutung ist es so dass da vorne größere angst vom sterben wahrscheinlich vorhanden war wahrscheinlich auch mit dem zu bett gehen ja oder mit dem dunkeln und dass da einfach verknüpfung im hirn gab jedes mal dass da wenn du dich hinlegt dass quasi dann eine erinnerung angestoßen wird und durch das dieses gefühl kommt also aber das ist jetzt auch ganz schwierig für mich so aus der ferne das zu beurteilen weil für solche phänomene ist ganz viel einfach natürliche ursachen dass es da einfach falsche verknüpfung gibt viele haben auch angst ins dunkle zu gehen oder irgendwie so weil oder oder einfach auch mühe überhaupt schlafen zu gehen und wenn ich so sage wenn ich den leuten mal sagen ja es kommt von der erziehung nö dann sage ich ja ja musstest du nicht als strafe in dein zimmer gehen oder in den dunklen kenne doch doch also ja und daher kommt es ja und das erwachsen merken wir dann das oft nicht mehr und es ist ja unglaublich was unser gehirn alles abspeichert also ich liebe es ja auch zu die ganze gehirn forschung funktioniert unser gehirn eigentlich wie funktioniert die physik und 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 alles so und da würde ich das ganz auf der logischen ebene wahrscheinlich würde man das finden und auflösen und liebe julia auch wenn das vielleicht unangenehm ist für dich auf der anderen seite also ich kenne so viele menschen dem würde so ein kleiner tater schlag am abend zur erinnerung ganz gut tun also du siehst du kannst auch echt das geschenk sehen nadine emmanuel fragt wie kann man am besten jemand auf den letzten weg begleiten ja das auch ich gehe immer also das wichtigste ist man zuerst mal zu schauen ist da jemand der an ein leben nach dem tod glaubt ja also wie offen ist jemand wie geht es jemandem und es gibt eigentlich keine so allgemeingültige regel also ich habe schon einige begleitet als auch so an art sterbebegleitung gemacht und das beste ist immer wenn du auch du für dich spürst was würdest du in dem moment wollen ja also ich glaube da fährt man am besten weil du kennst die person die du begleiten möchtest und dass du auch spürst was würde dir jetzt helfen was bestimmt ganz wichtig ist so je nach stadium auch am schluss dass man das habe ich einfach so gemerkt dass es gar nicht mehr so darum geht ständig zu reden ja also dass man wirklich manchmal einfach der person einfach auch hilft dass man da ist dass man einfach ab und zu vielleicht nur mal die hand hält und einfach so das gefühl ist hey du bist nicht alleine ja was ich schon erlebt habe wenn ich trauer sterbebegleitung gemacht habe dass manchmal ein paar verwandte dann gedacht haben so ich muss jetzt oma echt einfach unterhalten ja und da merkt man dann manchmal das wird denen wie auch zu viel weil sterben ist auch ja paar bekommen richtig angst und paar gehen immer mehr in die entspannung und das beste ist wenn du wirklich einfach spürst was was wird jetzt gebraucht ja und wenn du auch manchmal merkst du möchtest was tun denke immer dran du möchtest was tun ja und frag die person einfach mal also das habe ich ganz oft gemacht vor allem wenn es noch möglich ist was hättest du jetzt gerne und viele haben mir einfach gesagt bleib einfach nur da einfach nur handhalten oder irgendwie mal was vorlesen oder irgendwie so es ist ganz schön so ich bin nicht so der fan von so allgemeinen tipps weil wir menschen sind so unterschiedlich deswegen spür einfach in dich hinein und und frag die person oder dann dann wirst du das richtige machen da bin ich überzeugt das wichtigste ist immer nicht alleine lassen außer jemand wünscht das ja es gibt ganz viele die sterben die kommen dann wenn sie schon gestorben sind sagen ich habe gewartet als alle mal kaffee holen waren dann konnte ich endlich gehen also da muss man sich auch nicht wirklich so die vorwürfe machen aber einfach so das gefühl geben es ist jemand noch da das finde ich am schönsten ja ich glaube was auch wirklich also wahrscheinlich die beste unterstützung selbst in frieden zu sein weil wir produzieren glaube ich ganz viel unsere eigenen ängste und dann geht es plötzlich eigentlich mehr um unsere problem als um den sterbe prozess von diesem menschen ganz wichtiger punkt ja letzte frage für heute ihr lieben leider kein name spannende frage wie siehst du pascal als medium den vegetarismus ist es wichtig vegetarier zu sein also meine meinung ist ganz klar als mit also ob man als medium vegetarier sein muss nein so die andere frage ist und die muss sich jeder selbst stellen ob man als mensch tiere essen möchte da das finde ich die große frage also wenn du als medium vegetarier bist also ich habe erzählt ich war sieben jahre hardcore vegetarier ich bin in der zeit nicht hellsüßiger geworden nicht spiritueller geworden ich habe nicht mehr wahrgenommen so also da ändert sich nichts so für mich viele sagen auch ja man sollte kann nicht rauchen kein alkohol trinken und so ich finde als mensch sollte man einfach jeder für sich selber entscheiden wie viel alkohol möchte er trinken wie weniger umso besser auf jeden fall einfach was gesünder ist so beim rauchen genau dasselbe auf die medialen fähigkeiten hat es keinen einfluss also ich kenne viele kollegen ich sage jetzt nicht dass das gut ist aber die trinken wirklich sehr viel alkohol und die sind richtig gute medien die essen auch richtig viel fleisch und die sind richtig gute medien also auf das hat es keinen einfluss und auf den rest sage ich immer so das muss jeder für sich selber entscheiden mal gerade in der spielte szene ist auch immer so dieses vegan vegetarier kämpfen gegen die fleisch essen das ist einfach nur ein kampf so haben ich persönlich finde auf jeden fall man muss tiere respektieren ja wenn jemand vielleicht fleisch ist das einfach schaut woher kommt wie wurde wie hat das tier gelebt aber es ist eine entscheidung für jeden für jeden persönlich selbst aber auf die medialen fähigkeiten hat es keine auswirkung so ist hoffentlich meine sich viele entspannt das hoffen ja okay ich sehe wir haben hier echt noch viele viele fragen wir können noch ewig weitermachen aber wir haben uns bewusst entschieden das format also bei bei ungefähr dieser zeit zu halten also aber was ich euch sagen kann schon mal vor und kündigen kann wir haben uns vorhin unterhalten sehr sehr wahrscheinlich findet ihr im human trust in unserer live coaching community im herbst einen kurs mit pascal enjoy this life so das heißt wenn ihr heute abend das gefühl habt der pascal der etwas zu sagen und ihr habt bock da tiefer einzusteigen also checkt einfach falls ihr noch nicht drin seit dem human trust hier unten drunter aus pascal dein schlusswort zu gelebter bodenständiger spiritualität ja jetzt noch was ganz schlaues und ich wünsche euch einfach so dass so meine philosophie beginnt wirklich wieder euer leben zu leben spaß zu haben das ist auch das was sich die verstorbenen wünschen ja wir sind jetzt von der spiritualität so sehr eins jenseits kontakt aber die verstorbenen gerade die kinder haben immer wieder gesagt beginnt zu leben beginnt mehr spaß zu haben lebe das leben wirklich und das ist eigentlich auch so meine philosophie und das wünsche ich euch da draußen einfach so dass ihr spaß habt und ich hoffe auch dass diese stunde euch einfach spaß gemacht hat und ja genießt den abend und vielen vielen dank dass ich kommen durfte und ich hoffe es war jetzt nicht so schlimm für dich einmal ein medium zu haben nie im gegenteil ich fand das total schön also ich punkt so ich mag das sehr und also ich wünsche mir sehr dass dieser abend dazu beigetragen hat also einfach für dich diesen begriffs spiritualität vielleicht doch noch mal zu lockern vielleicht aus einer anderen perspektive zu sehen viel vielleicht auch als einladung zu sehen den begriff mal ganz sein zu lassen und ich einfach nur zu fragen also genau wie pascal das gesagt hat also wie würdest du leben wenn es weder eine vergangenheit noch ein jenseits gäbe sondern wenn es einfach heute und darum geht voll und ganz hier zu sein mensch zu sein seele zu sein herz zu sein und so richtig für das zu brennen was dir wichtig ist und dann treffen uns vielleicht alle in einem raum in dem es nicht mehr darum geht was wir glauben sondern dass wir wirklich sind ich danke dir sehr fürs zuhören freue mich sehr dass du hier gewesen dass ich kenne deinen vollen zeitplan freue mich hoffe dass nicht das letzte mal gewesen ist ich komme gern wieder cool er und euch noch einen ganz ganz schönen abend tschau ein 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 ganz schönen abend tschau ein